Auch behält das Christentum eine zentrale Stellung und eine unvergleichliche Eigentümlichkeit. Denn das Erscheinen Christi war die letzte und tiefste Erschließung der vollkommenen Güte. Nunmehr wird das gänzliche Angewiesensein des Menschen auf Gott deutlich, als auch, dass an diesem Verhältnis alle Seligkeit hängt. Nun ergibt sich als Hauptstück der Religion, dass der Mensch sich lediglich Gott unterwirft und allein seiner Güte vertraut. Zwingli schreibt, Das ist die Quelle unserer Religion, dass wir Gott als den anerkennen, der unerschaffen der Schöpfer aller Dinge ist, der allein alles hat und umsonst mitteilt. Damit muss alles verschwinden, was sich zwischen Gott und uns stellte. Zum Aberglauben wird es, seine Hoffnung auf etwas anderes zu setzen als auf Gott selbst. Denn eine so unerschütterliche und untrügliche Kraft wie der Glaube sein soll, kann sich nie auf etwas Kreatürliches stützen. Denn wie könnte das, was einmal nicht gewesen ist, Grund unseres Vertrauens sein? Das Wirken des Unsichtbaren und über alle Natur Erhabenen ist aber innerlich vollauf gegenwärtig. Das höchste Wunder Gottes ist, dass er sich mit unseren Herzen verbindet, sodass wir ihn als unseren Vater erkennen. Eine solche Denkweise empfindet die alte Lehre von den Gnadenmitteln, von der Luthers Abendmahlslehre ein gutes Stück beibehielt, als bloße Magie und muss sie damit verwerfen. Die Abhängigkeit von Gott mindert aber keineswegs die eigene Tätigkeit des Menschen. Vielmehr soll der Mensch sich mit ganzer Kraft zum Werkzeug des göttlichen Lebens und Wirkens machen, um so der unermüdlichen Tätigkeit Gottes zu entsprechen, durch den und in dem alles sich bewegt, enthalten ist und lebt.